Hm? Hm, nee, macht mich nicht an. Wo tut's denn weh? Langweilig. Senpai, wie kann ich Ihnen dienen? Hatten wir schon. Aber bringst du mir eine Cola? Im Bett bin ich dein Schlimmster als Traum. Ich mag den Ansatz, aber Halloween ist vorbei. Wie wär's damit? Hast du eine Freundin, die sich als Weih verkleidet und mitmacht? Ähm, nein. Nee, dann nicht. Miau! Bin mehr so der Hundemensch. Ja, dann sag mir doch, was du willst. Puh, nee, du würdest mich nur verurteilen. Ach komm schon, ich mach was du willst. Na gut, also... Over, nein, nein, nein! Oh, schreist bitte noch laut, hä? Hä?